hallo meine lieben ich begrüße euch zu anna punkt 0x hier auf youtube und ich zeige euch in diesem video meine zehn besten videos von tik tok angefangen von mit erzählen mit michael jackson dance move ich mit meinen high heels in lederjeans dann gefolgt von der neuen mit den freddy jeans und den lubytons ich tanze hier zu einer anderen musik und hier bringe ich quasi diese high heels and pottery zusammen das haben sich ganz 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 viele von euch gewünscht und deswegen habe ich das einfach mal umgesetzt das sind die ersten steps sozusagen die sieben da zeige ich wie immer meinen coffee-du-roh-bäscher so und bei der drei angekommen das ist natürlich das homogenisieren was ihr besonders gut feiert ja das dritte video mit den meisten likes und wer ist auf der zwei jawohl wieder ein homogenisierungs video mit über 318.000 likes ich bedanke mich an dieser stelle für euren support falls ihr meinen kanal noch nicht abonniert habt macht das gerne und drückt auf die glücke und die 1 wer hätte es gedacht also mit über 40 millionen aufrufen und 550.000 likes fast ging dieses video viral ich danke euch fürs zuschauen für euren support und folgt näher tschüss